Herzlich Willkommen Alle Freunde zurück zu Animal Crossing New Horizons Gestern war Gildewarda Und der hat mir was schönes geschenkt Ich hoffe das haben wir noch nicht Bitte kein Fass Oh Gott ich bin gespannt Eine Piratenhose Super sehr sehr cool Wie hieß sie nochmal? Mina ist da Aber das kümmert uns erstmal nichts Denn Wir wollen heute angeln gehen Wir brauchen den Rochen Und dafür Habe ich Teppichmuscheln gesammelt Ach nicht im Holzschrank Ja es ist ein bisschen warm Es ist noch ein bisschen warm Wo ist das Lager? Da ist das Lager Habe ich doch noch gefunden So Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 50 Dinger Ich glaube damit Müssten wir Ganz gut dabei sein Wenn wir den Rochen fangen Äh Vielleicht sollte ich doch nochmal auf dem Handy gucken Ob das am Meer war Aber ich meine schon Ich meine das war am Meer Habe ich überhaupt einen Angeln Ja habe ich Wie viel Platz habe ich Ja geht Was haben wir hier nochmal? Keramik Geschirr Ok Ok Ja cool ne Dann gehts auch direkt los hier mit dem Angeln Ey ich habe wieder nicht weiter gebaut Denn mir ist das zu warm Die letzten Tage Heute geht es einigermaßen Noch Noch Ich sage noch Aber es kann sich auch wieder ändern So ich bräuchte jetzt hier irgendwann eine Fläche Wo Kein Fisch ist Oh da haben wir einen Heil Ok Den fange ich immer Denn Das gibt gut Sternis Das gibt gut Sternis Und währenddessen kann ich mal ganz ganz schnell gucken Oh Gott Ok Währenddessen schnell gucken Ist nicht so Richtig Rochen Rochen Ich suche mal eben nur ein Rochen hier Ähm Meer Ok sehr groß August bis November 4 Uhr bis 21 Uhr Ok Dann gehen wir nach da oben Da oben könnten wir glaube ich am besten Meiner Meinung nach Du bist aber weg Geh weg du Fisch Danke So Dann wollen wir mal hier Futter verschreuen Du bist schon zu klein Nächstes Wir machen die 50 heute Und sonst Besorge ich für das nächste Mal nochmal 50 Was ist das denn hier schönes Was ist das denn hier schönes So ich war auch seitdem gestern das erste Mal essen werde Corona In einem Restaurant Und Ja Das war in Ordnung Tatsächlich Das war in Ordnung Ähm Ähm Die Kellner haben Schutzmasken getragen Wir Nur als wir reingegangen sind Das war schon Eine kleine Erfahrung für mich Leute Eine kleine Erfahrung Ist das hier sehr groß? Ich weiß es nicht Aber vielleicht schon Vielleicht schon So nochmal hier Komm Gib mir mal was schönes Und das ist glaube ich sehr groß Komm 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 Wir brauchen den Rochen Den Rochen Och ne jetzt habe ich A gedrückt Ich bin ein bisschen blöd Leute Der Rochen ist 3000 Sternis wert Deswegen denke ich nicht dass er so selten ist Aber diese Zikanenlarvenhaut Die war auch schrecklich zu empfangen Das Muss ich dazu sagen Und die war nur 800 wert Äh Da ist doch was Ne Das brauche ich auch nicht So nächster Fisch Genau ich habe einen Schlitz mit Pommes gegessen Wie immer Allerdings hatte ich danach immer noch Hunger Dann War ich abends noch in einer Imbissbude Und hab mir dann noch eine große Portion Pommes gekauft So gehört sich das oder? Ja Sehe ich auch so Sehe ich auch so Oh da ist er Der Rochen Och der sieht cool aus Ein Rochen Er kam am Meeresboden angekrochen Hohohoho Lustig lustig Cool dann haben wir den Rochen Das ist sehr sehr schön Für uns glaube ich nur noch so eine Heuschrecke oder ähnliches Äh Wir gehen mal kurz ins Museumschirn Wo war denn das? Ach hier unten Hier unten Ähm Mir wurde außerdem gesagt McDonalds hat seine Preise Äh hochgeschossen ne Eine kleine Portion Pommes kostet jetzt 1,90 Und eine große Portion Pommes kostet 3,30 oder sowas Oh mein Gott ist das teuer Ich kauf ja eh nicht so oft bei McDonalds ein Aber vor zwei Wochen war ich das tatsächlich Ne letzte Woche Letzte Woche war ich mal wieder Hier ich will etwas stiften Ich möchte einen Rochen stiften Juhu Nanu Ganz klar das ist ein Rochen Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu diesen Rochen Der Rochen ist ein Fisch mit flachem Körper und langem Schwanz Er ist mit den Haien verwandt Von unten gesehen scheint der Mund mit seinem Bauch zu lachen was? Ich gebe es zu Höchst goldig aussieht Aber Vorsicht Anders als die meisten süßen Tiere sind Rochen oft extrem giftig Auch wenn sie lächeln Und das war es im Großen Cool Sehr sehr schön Ja gut ne? Dann haben wir glaube ich alle Fische ne? Dann haben wir alle Fische Leute Ich fass es nicht Sehr schön Dann muss ich mich nur noch um die Insekten kümmern Leute Das heißt nächstes Mal werden wir Insekten fangen mitten in der Nacht wieder Wuhu Da freu ich mich ja Da freu ich mich ja sehr Oh hallo Mina Ach hallo ich bin hier auf Nimmerland Ja 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 ich kenn dich Märchenkleidung Uh Das ist ein cooles Thema Aber dass sie mir immer irgendwie ein T-Shirt gibt das finde ich immer kacke Finde ich immer wirklich kacke Na was hat sie mir gegeben tragen? Ach Alter Guck weil irgendwie sind diese T-Shirts und so die 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 sie mir gibt richtig kacke Muss ich das echt tragen Ach man Mann ich wollte jetzt einen schönen Charakter hier erstellen ja Und dann kommt sie mit so einem hässlichen T-Shirt wieder an Ach Mina Mina Was wollen das? Piratenhose passt doch perfekt oder nicht? Ne? Ok Dann wollen wir mal gucken hier Mhm Ähm Märchencharakter Ja Aber welcher Welches Märchencharakter schieren hat denn sowas da an? So ein T-Shirt da Och Gott ey Spitzenshorts Uniformrot Tanzröckchen Die haben doch meistens so Tanzröckchen an oder? Na ich glaub zwar nicht aber Spitzenrock hier bitteschön Dann müssen wir hier von irgendwas anziehen Aber ne Darf man ja nicht hier Bastelkrone oder ein Diadem Diadem könnten wir nehmen Oder sogar das Diadem Ach das ist das gleiche Mit einer anderen Farbe Königinkrone ist auch gut Düdüdüdüd Ja dass man hier keinen Sound hat ne? Also irgendwie irgendwas Zumindest So hier Katzenkönigin Super Ein paar Schuhe Haben wir Prinzessin Prinzessinnen Schuhe Ein paar Hochzeitspumps Ja Dann nehmen wir die Ja Och jetzt habe ich es nicht angezogen Och man Och ja Och man ich hasse Ich hasse dieses Event Bitteschön Hier bitteschön Hier bitteschön So hier das Diadem Anni die Königin Krone Ja Hier Hase bitteschön Und Schuhe Fertig Fertig Dankeschön Tschüss Oder hatte ich mich gerade angezogen Ich weiß es nicht mehr Ich meine nicht Da 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 Äh Hallo Minna Mina Ah, du hast sie umgezogen. Ja, sicher. Prima, dann führe ich mir das. Aha, aha, ja, okay. Wunderbar. Wunderbar, oh, das ist doch schön. Ah, du siehst so schön aus. Ich schenke dir was. Ich bin ein Reikopo, dass ich noch nie in meinem Leben benutze, Bill. Ein paar Sementer-Sachen. Oh, willkommen. Schön, dass du mir gehofft hast. Äh, cool. Jetzt haben wir hier Socken bekommen. Wow. Ich bin im Pröst, Leute. Ich bin im Pröst. Wir suchen jetzt nur eben die Korallenmuschel. Das geht eigentlich auch meistens relativ schnell. Wir gehen nur noch eben hier dran. Ja, 80. Ich gucke auch mal, wie man das mit diesen Time-Anzeigen da unten machen kann. Man kann das Video so unterteilen. Zum Beispiel, dann kann ich die ersten 5 Minuten Rochenpfang nennen. Die zweiten Sementer. Und drittens dann hier Korallenmuschel. Das wäre eigentlich auch noch was. Das wäre auch noch was. Wo habe ich denn hier mein Tauchanzug da tragen. So. Super. Da, da, da. Ich weiß gar nicht, was mir überhaupt noch fehlt. An Korallen-Dings. Nee, das ist es nicht. Wir müssen immer Ausschau halten. Ab 4 und 5. 4, 5. Und auch zu wenige. Oh. Ich habe schon ein bisschen ausgerechnet, wann ich mir einen Pool leisten kann. Dafür bräuchte ich natürlich einen größeren Garten. Äh. Ja. Ich möchte schon gerne einen privaten Pool nur für mich haben. Wäre das nicht egoistisch cool? Ja, ne? Schon irgendwie so ein bisschen geträumt. Ah, nee, nee. Ich glaube, das kommt komisch rüber, oder? Ja. Ich lasse das lieber. Ich habe nicht geträumt, Leute. Ich habe nicht geträumt. Und mir ist ein bisschen warm. Und wir haben gerade 20 Grad. Das ist ganz gut. Das ist ganz angenehm, solange das Fenster offen ist. Das Fenster ist gerade zu, deswegen ist es hier wieder warm drin. Oh. Leute, Leute. So, hier könnt ihr schon. Was haben wir hier? Oh, das ist kein... Dings. Okay. Dann gehen wir mal weiter auf die Suche. Zu viele, zu viele. Ich habe hier nochmal Zettel mit Serien. Und da. Denn ich habe herausgehoren, dass 3% am 14. kommt. In 3 Tagen. Und 3% ist ähnlich wie die Tribute von Pane. Da gibt es so ein Auswahlprinzip, wer auf eine bestimmte Insel darf. Und die müssen ganz, ganz viele Tests machen. Und der schlechteste Flieger die ganze Zeit. Ist ganz cool, tatsächlich. Und... Die Reise nach dem Westen habe ich wieder abgebrochen. Weil die Serie echt so schlecht ist. Der erste Teil war auch so schlecht. Ich habe sogar einen Daumen runter der Serie gegeben. Und ich habe trotzdem die ersten 2 Folgen gesehen. Ich dachte mir nur so... Nee, ich kann nicht mehr. Ich kann diese Kacke nicht mehr schauen. Ich kann das nicht mehr schauen. Dann habe ich es halt sein gelassen. Sonst SAO habe ich jetzt durchgeschaut. Wieder. Mal wieder. Bis zum War of Underworld. Äh... Akt? Nee, ne? Gott, wie heißt das denn jetzt? Akt? Doch, Akt. Ich glaube, Akt heißt es. Rekord of Grand Chess wollte ich anfangen. Aber ich habe mich dann erstmal für Kart-Corruptor-Sakura entschieden. Die vollen die, glaube ich, vor 2 Jahren rausgekommen sind. Auf Netflix gab es keine deutsche Synchro. Deswegen schaue ich die mir dort jetzt an. Macht auch sehr viel Spaß. Und Haikyuu habe ich mir noch aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, dieser Basketball- oder Volleyball-Anime. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Sonst... Project Power kommt diesen Monat noch raus für mich. Und Lucifer. Das sind noch paar Serien, die ich auf jeden Fall schauen möchte. Oh, ich habe so viele Serien in diesem Monat schon geschaut, ey. Muss ich noch auf Instagram eintragen. Mann, ey. Wofan kommt die denn? Kammuschel. Komm bitte. Komm bitte zu Papa. Zum Glück ist bald der August vorbei, Leute. Beziehungsweise ich hoffe ja immer noch, Leute. Ist das zwei? Ne, ist eine. Eine mit 10.000 Bläschen. Ähm. Oh, warte, da hinten. Vielleicht. Wenn wir zu können. Ich warte ja immer noch auf die Harry Potter-Ankündigung, Leute. Und ich glaube... Ich glaube... Während der Gamescom könnte es gut möglich sein. Das ist nach dem DC-Fandom-Event. Wo dann Batman angekündigt wird. Und zeitnah wollten die dann auch Harry Potter ankündigen. Und ich hoffe einfach, dass das passiert. Bitte. Bitte. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch drauf hoffen soll, Leute. Obwohl bei Detektiv Connor war ich auch sehr, sehr hartnächtig, dass es irgendwann im deutschen Fernsehen kommt. Auch wenn ich die japanischen Folgen alle gesehen habe. Aber mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ich glaube, die sind jetzt bei 970 oder sowas ähnlichem. Ich bin glaube ich bei 940 circa. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge die sind. Hey, Jiri. Wie viele Detektiv Connor-Folgen gibt es? Nee. Nein, Detektiv Connor-Folgen. Okay, dann nicht. Nee, wem will mein Handy nicht verraten, Leute. Schade. Und ich kann so noch eben nachgucken. Und ich müsste in die richtige Richtung schulungen. Okay. Du, 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 du. Du, du, du. Die kommen. Äh, da sind drei. Hier sind auch drei. Och Mann, wo ist das denn hier? Ich dachte, das geht schneller, Leute. Ich hatte die letzten Tage recht entglückt. Ah, es gibt 977. Laut Wikipedia. Okay. Cool. Oder? Ich guck nochmal ganz genau. Ja. Genau, 977. 1. August kam die letzte Folge. Oder gab's nur wieder eine Pause. Ich hoffe, ich überlebe noch, Leute, bis das Finan von Detektiv Connor da ist. Da hab ich echt Angst drüber. Dass ich das nicht mehr miterleben kann. Aber der Dings ist doch, der Mangaka ist doch viel älter als ich. Aber ich will auch nicht, dass er stirbt. Generell hab ich in letzter Zeit sehr oft über den Tod nachgedacht. Weil ich bin der Meinung, ich will nicht sterben. Und man weiß auch nicht wirklich, was nach dem Tod passiert. Ich stell mir einfach so vor, dass man dann gar nichts verliht. Alles schwarz ist. Und das ist dann sein Leben lang. Das stell ich mir richtig seltsam vor. Ich will nicht sterben. Und ich hab richtig Angst vorm Sterben mittlerweile. Oh, Mann. Ich hoffe, es gibt eine Zeitmaschine. Körper Zeitmaschine. Oder jemand entdeckt das unendliche Leben. Dann will ich unendlich leben, Leute. Oh, Mann. Ich hab echt Angst vorm Sterben. Ich weiß nicht. Wie ist es bei euch so? Ich hab auf jeden Fall Angst vorm Sterben. Wirklich. Mittlerweile zumindest. Ich denk mir so, wenn ich jetzt alles schwarz sehen würde, dass wir das nicht miterleben. Dann passiert einfach nichts mehr mit mir. Und ich bin komplett weg. Ich existier dann quasi überhaupt nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie schön ich das finde. Weiß nicht. Kann ich nicht sagen. Ich möchte eigentlich nicht sterben. Wenn man einfach dann weg... Wenn das wirklich so ist, naja, wenn man dann vorm Himmel dann auch noch mit den anderen Leuten vielleicht reden könnte, dann wäre das für mich eigentlich völlig in Ordnung. Aber wenn man dann einfach wirklich nichts mehr sieht oder auch wirklich dann gar nicht mehr existiert, ist das schon sehr hart, finde ich. Sehr hart. Und da muss ich dann echt sagen, boah, ich bin... Also ich trauere echt über jeden, der relativ früh gestorben ist. So zwölf oder so, ne? Ein bisschen Unfall oder sowas. Oh, das finde ich ja dann richtig schlimm, Leute. Mann, die tun mir richtig leid, alle. Naja. So, kommst du jetzt hier mal Kamuschel? Ich mach nur hier 5 Minuten, ja? Sonst suche ich die oft schritte weiter. Ist ja hier nervig, ey. Mein Finger schleckt auch schon einen vom A-Drücken. Das ist sie, das. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber die Möglichkeit ist da. Die Möglichkeit ist da. Aber es könnte auch der Oktopus wieder sein. Aber der Schatten ist ein bisschen größer. Siehst du es, oder? Nein! Och Mann, ey. Habe ich denn wirklich ein Stück am Arsch? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Heute fange ich auch zudem wieder mit Sport an. Ich habe es jetzt gut fünf Wochen hinter mir gelassen. Aber ich möchte einfach Sport wieder machen. Och Mann, wo ist die Kacke? Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ich habe echt keinen Bock mehr. Wenn es warm, ich will das Fenster aufmachen. Ich will den Part beenden. Wisst ihr was, Leute? Ich suche morgen nach, okay? Ich suche nachher auf Screen nach. Beziehungsweise, ich suche jetzt gleich direkt nach. Aber ich will das Fenster öffnen. Nicht so warm hier. Ich würde jetzt noch was anderes sagen. Aber das sage ich nicht davor. Ja, deswegen sage ich. Das war's mit Animal Crossing New Horizons. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Lego Harry Potter. Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Und tschau.